und ein herzliches willkommen bei der nächsten folge von starke willi wir haben in der letzten folge ein bisschen chaos wie immer bei mir irgendwie standard sehr oft gestorben und jetzt hier iridium brauchen wir das zeug da rein da kommt iridium rein kohle ist da genug drin da uran das auch genug kohle drin eisen kupfer habe ich denn gold hier ja da kann ich das schon ein paar ist egal gold 100 gut dass hier mal ein bisschen vorwärts kommt hier hier ja ja habs ich habe drei prismas scherben das kann ich mal so schlecht aber iridium barren bräuchte ich noch ich brauche gold barren okay das dauert jetzt ewig ewig nick kann ich jetzt was fehlt mir da so dass ich einmal eins bauen kann zumindest zwei reichen auch ist sich das genau ausgegangen für zwei lol ok schleim ich sollte drüben auch eine kiste hinstellen die nehme ich mit schleim äh was brauche ich drüben noch ja die kann ich theoretisch auch mitnehmen das hier was bräuchte ich drüben noch was bräuchte ich drüben noch hmm schleimeier hier habe ich noch da ist ein rotes nehme ich mit naja eisen sollte ich mitnehmen da hat mir ja noch eins gefehlt sternfrucht sonst habe ich keine schleimis schade ok 900 aha was kostet denn so ein brüter wenn ich so ein bauer der kostet 100 schleim und 2 iridium ach das ist viel zu viel ja ok dann gehen wir jetzt kurz rüber machen da was wieso ist hier eigentlich ja egal ich sollte da vorne auch noch reinschauen das hier perfekt und hier vorne war hier irgendwas drin was ich brauche schleim genau Kuchen brauche ich nicht Kürbissuppe brauche ich auch nicht mehr ich habe was besseres das brauche ich auch nicht ok nehme ich mal mit und jetzt hier die zwei dinger wie sieht es da drin aus ja ein bisschen weniger hier wird irgendwo ah drüben wird gepflückt ich habe wieder vergessen Eisen mitzunehmen die Genie sonst kann ich da nicht reingehen Mist Lauf 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 schneller ok da das reicht schon mehr brauche ich nicht Gold kriege ich jetzt auch nicht so schnell zusammen ok nein nein du dummer Schleim ok ich muss das machen weil sonst ist hier drin alles kaputt hä ok ok ich habe einen roten Schleim bekommen das ist gut aber hier fehlt einer sehe ich gerade da war ein roter Schleim drin der ist jetzt da nicht mehr drin ok ok ich hoffe die werden da nicht einfach irgendwie weggeportet oder so hm ich gehe mal auf die Insel ganz kurz mal kurz eine kleine Reise für die Freiheit für die Entspannung ah ja hier hier komm einfach einen grünen rein zum vermehren weil ich hätte wieder gerne mehr obwohl schon so eine kritische Masse da wäre hm hi Hayley ich habe leider keine Kokosnuss für dich sonst würdest du eigentlich bekommen äh wie sieht es hier aus eine Vielfalt nicht mehr von den Ködern Willy let's go auf der Insel wird wahrscheinlich auch wieder Blueberries fertig sind fertig dann die rote Beete die brauche ich wenn die Tomaten habe ich Tomaten gepflanzt ich weiß es nicht aber wenn ich gepflanzt habe dann könnten wir das mit den äh fertig machen mit den Waschbären hm das ist nicht das ne ich habe doch irgendwo rote Beete gepflanzt oder Rhabarber oder war das das ne hä bisschen verwirrt aber ok das kann ich verkaufen ich habe einige Sachen vergessen egal das kann weg ist egal vor allem jetzt hier mal Geld produzieren ok bleiben die da liegen ja aber nicht weil ich voll bin ok schnippidi schnuppidi schnupp schnupp mhm mhm alles schön abernten ok ok ja da sind noch zwei ok fertig die schicke ich besser nach Hause die soll nämlich verarbeitet werden die soll nämlich verarbeitet werden so wollen wir wieder ein bisschen angeln für die alten Zeiten ich würde halt so gern den Schlangen dings da endlich haben aber das wird dauern ich brauche nur den Schlangenschwanz dann bin ich fertig dann bin ich glücklich dann habe ich wieder was zu tun das ist relativ viel zu tun habe ich jetzt auch weil ich muss noch sehr viele Schleimis töten und so ich könnte zwölf Stunden dekorieren das geht bei mir immer ja Fische brauche ich nicht schöne Flunder Entschuldigung uiuiui einfach nur das Rückgrat dieser Schlange das wäre wunderschön weißt du was ich lass den einfach mal so vielleicht hier vorne ja da kommt nichts das ist hier so ein Ding was man einfach so rausfischt wir warten einfach mal ein bisschen komm beiß an so eine Krete irgendwo unter Wasser okay gibt es irgendwas wo ich hier irgendein Blödsinn fange weil das müsste ich theoretisch so fangen können so so wieder blauen Schleim ja genau so das müsste ja so eine Krete sein aber wo ist die okay 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 dich fange ich oh Seegurke hat er vielleicht hat er vielleicht damit gemeint dass er im Westen so weit westlich wie möglich vielleicht aber da schaue ich jetzt gleich nach weil das ist noch nicht westlich genug das wäre hier komme ich hier noch westlicher hier oben ja hier das ist der westlichste Punkt von der Insel Schlange gut ich brauche aber was anderes anderes von der Schlange oh komm dich nehme ich mit weil wer weiß was in der Kiste jetzt drin ist ja okay das kann weg das brauche ich okay dann esse ich das gleich da dann haben wir noch ein bisschen mehr Glück das wird doof hier ist keine Kiste lohnt sich nicht okay dem Fische auszuweichen ist aber auch bescheuert komm wenn ich ihn fange bin ich schneller ne flunder ich brauche doch nur das Rückgrat einer Schlange ja ciao ciao brauche ich den blauen Schleim für irgendetwas hm schnarcht ich bin am westlichsten Punkt angel am westlichsten und trotzdem kriege ich das nicht ist einfach so ein seltenes Ding wieder oh das sieht ja cool aus rote Augen es wird euch töten nein nicht oh eine Truhe ich weiß nicht ob das überhaupt in so einer Truhe drin sein kann ist nicht schlecht aber ich hätte gern was anderes ich brauche nur das Rückgrat Kiste sogar eine goldene wer weiß was da drin ist Müll also ich habe einen Fisch geangelt der eine Box hat wo ein Fisch eine Geose und Holz drin ist okay äh danke für nichts ach komm brauche ich nicht ich will doch einfach nur das Rückgrat einer Schlange ist das so schwer Teddy spiel mir ja gut ich habe wieder einen Kopf einer Schlange das brauche ich nicht toll ich glaube in dieser Staffel habe ich euch am meisten geangelt von der Zeit her als in der ersten und das jetzt schon schwupps blauer Schleim ups vergeigt Müll ich brauche kein Müll ich brauche einfach nur das Zeug vielleicht hier Kiste 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 wie zweifelt das klingt ja ich will doch nur das Ding ja es ist halt verzweifelt es ist genauso wie mit der Schriftrolle ne Schriftrolle habe ich auch nicht bekommen ewig lang die grüne und das ist halt so eine einprozentige Chance das habe ich kein das habe ich einfach in Ruhe du blöder Fisch jetzt habe ich nicht mal so die Köder Dings da so ja verschwind Fisch ich brauche dich nicht oh Kiste 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 ja ich brauche dich leider doch es darf doch einfach nicht was ich hole mir in den Eimer und hole alles Wasser da raus und dann suche ich einfach so danach es darf doch nicht Wasser es es ist pure Verzweiflung ich will doch einfach nur das Rückgrat dieser beschissenen Schlange habe ich hier irgendwo Würmer dass ich das vielleicht so hier rausholen kann weil ich kriege das glaube ich hier auch da sind nur einer was war das da war irgendwas dabei was ich nicht kenne ach das war das nein das da platin platin was platinenhemd okay cool danke er kann auch weg sonst nichts das war's neues Hemd hier hier war irgendwo was was hier ich hole das da raus komm und jetzt ist es dabei ja gut den Schwanz habe ich da wieder cool brauche ich nicht ich schaffe es jetzt auch nicht mehr ins Bett wenn ich mich nicht beeile ich brauche eine Schriftrolle und ein Rückgrat ich habe es ins Bett geschafft ihr habt alle verloren ihr habt alle Wetten verloren ah Mist ich mag nicht mehr ich will dieses Zeug Sadio will ist schon manchmal echt fies zu mir ne dass ich das Zeug einfach nicht bekomme und ich hole jetzt mal eine Mr. Queen Mission ab obwohl ich wäre überhaupt nicht bereit dafür glaube ich Mr. Queen hm ja es will dich leiden sehen ja so wie damals mit der anderen Schriftrolle ja ok ich habe nicht genug 15 ok was haben wir denn finde 100 rote oder ja die Rädelhülle ist von mächtigen mächtigen Monstern befallen worden erreiche Stufe 100 in einem Stück hm das Ding ist ich habe momentan keine Treppen oder nicht genügend und für diese 40 Punkte müsste ich extrem viel Geld ausgeben nee ich komme später wieder Mr. Queen so und ich hätte hier gerne ein Schleimei wenn das recht wäre so gib mir ein Schleimei komm putz 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 ja Geld das könnte ich auch noch mitnehmen Hartolz brauche ich das war falsche Richtung alles gut achso ich kann deswegen nichts aufnehmen stimmt Gras brauche ich nicht vielleicht kriege ich es doch noch nein ich kriege es trotzdem nicht äh hatte ich nicht irgendwas was Magnet bringt ja da okay dann esse ich mal den Lucha komm zu mir Holz hä das gilt ja trotzdem nicht Teddy spielt Gitarre Luke ist entspannt Teddy spiel mal wenn Teddy wirklich jetzt spielen würde würde ich wäre ich nicht mehr hier oder ich würde mein Haus abfackeln nur um die Menschheit zu retten okay blöde Frage wieso habe ich einen Explosionsring dabei so ja Zeug verkaufen hafs nein einfach nur den Baum schütteln danke okay schnibbeldi schnabbeldi schnupp 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 Banane ist weg so ja komm kann ich verkaufen kann ich auch verkaufen soll ich es jetzt noch probieren nein ich gehe jetzt nach Hause da müsste nämlich das Gold fertig sein theoretisch das Gold was ich vorhin reingepackt habe das brauche ich nämlich zum aufwerten zum aufwerten ist 9 Uhr ich habe genug Zeit konzentrieren Luki Werkzeuge aufwerten Geld habe ich mehr als genug Hi Kleiner Ah ja ah ja warte kurz kleiner wenn du schon hier rumläust hier ich weiß dass du das magst ich bin Genie hey Bürgermeister hab ihn erschreckt jetzt geht es mir wieder gut ich habe den Bürgermeister erschreckt das macht die Laune gleich schon besser schöner Tag what the wieso packen die das da nicht mehr rein hä hey was macht ihr ach hier ist voll okay alles gut ja ich sehe die herz ich okay ja mehr 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 dich zurück ich brauche Kisten ich gebe zuerst mal das ab jetzt laufe ich wieder im Kreis und weiß nicht mehr was tun weil so viel ah ok ok gehe ich jetzt da rüber und hole die Blumen und packe die in die Blumenkiste ganz einfach so gut bin voll komm mal mit ich brauche dich oh hi Vario auch wieder da ich bin gerade am verzweifeln hier wegen dem einen Ding da ich kriege beim besten Willen das Rückgrat dieser bescheuerten Schlange nicht das macht die fröhliche Musik jetzt nicht gut da muss so eine richtig blumis wieder voll ich will zurück das gibt es bei bei den Würmern ja immer gut aber er hat gesagt dass das irgendwo im Westen von der Schlange gibt also wenn ich den Ingame Charakter nicht mehr vertrauen kann dann muss ich ja den Bürgermeister noch mehr hassen und das geht nicht wenn ich den Bürgermeister noch mehr hasse dann ich glaube da gibt es eine Kettenreaktion und die Welt geht unter okay hier Jade das bisschen Zeug hier abgeben das hier ich brauche das Gold danke eins kann ich zurückpacken Hartholz kann ich abgeben ich ich habe es immer durch okay aber wenn da keine warte mal okay ich gehe jetzt mal zu Clint und dann probieren wir es nochmal wir buddeln mal im Westen ich probiere es und vorher hole ich mir noch ein bisschen Glück hier ab so Lukaschini nein bin ich nicht das hätte ich auch früher kommen können aber habe ich das nicht schon mal gemacht und dann ging das nicht ich weiß es nicht oder ich habe es an der falschen Stelle gemacht kann auch sein ab zu Clint ich will was abgeben ein wahrlich schöner Tag das ist random okay Clint mein guter Star von den guten hier also soll ich nicht öffnen das vorher so cool cool ist das ein Hinweis was ich als nächstes machen soll weil das war jetzt so ich soll ich soll das pflanzen dann muss ich das größer machen dann mache ich es mit den Bomben kaputt und dann trinke ich einen Kaffee und laufe weg okay das hier okay dann ab auf die Insel dann probieren wir was ich bin so ein Idiot gut das machen wir jetzt nicht weil ich kann es ja nicht ausgraben gut heute heute ist irgendwie der Wurm drin ich kann jetzt nicht ausgraben weil ich habe mein Ausgrabungsdings da zum verbessern gegeben heute ist ein richtig schöner Tag jetzt werde ich langsam manisch ah schön gut machen wir weiter mit den Blumen heute ist echt ein guter Tag ich sollte bei dekorieren bleiben da kann ich nämlich nichts falsch machen okay Blumen hier abgeben das sind noch welche gut hm Luki mal trösten nee es ist einfach nur frustrierend dass ich permanent heute irgendwie blöd hin und her baue wahrscheinlich weil ich gestern zu lange gezockt habe das ist der Grund äh hier 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 okay äh der Mais vielleicht zu Hause ich nehme den mal mit Blumen vielleicht auch alle mitnehmen ich habe keinen Platz mehr gut so meist nach Hause einfach mal durch die Mauer geglitscht so muss das hm okay hier Paprika ja gebe ich ab dies jenes das okay wir haben genug Mais für Maisdurchfall hm 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 okay äh die Blumen gebe ich noch ab ja schöne Flower Power oh da Tulpa was was wird da im Chat gesagt du keine was wäre gemeint mit dem Bomben damit du dich kannst ja ja gut der Chat ist auch auch so auf meiner Seite ja gut ich liebe es ich liebe es zu streamen die Chatverschwörung ja okay äh ich gebe das hier ab brauche ich nicht rote Schleimis gehören da unten rein dann gibt es kein Communityfest mehr wenn ich alles aufbaue und es weggepumpt wird dann ist Anarchie okay okay das hier noch nicht fertig schade 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 äh hier ist auch noch nicht fertig egal hab ich ah ich hab da ist nur ein grüner Schleim ist ein grüner Schleim ist ein grüner Schleim ist ein grüner Schleim cool ich hab noch mehr grüne Schleim ist kann das noch noch besser werden was wollte ich denn jetzt eigentlich machen ich bin grob gesehen fertig mit den Nerven äh hier gut äh das wächst auch das sieht schön aus hier fehlt noch ein bisschen Deko aber egal haben wir irgendwas Gutes was äh da hä kann ich da nicht doch hier 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 lebt Frau Orange und Herr Violett die leben beide hier in ihrem Haus da zeugen sich ganz viele Kinder die dann bei mir arbeiten äh dann weiß und grün weiß lebt ganz alleine hier und grün spielt hier gerne mit dem Schiff gut haben wir haben wir noch welche rot fehlt noch rot und gelb äh die arbeiten hier immer auf dem Feld und passen immer auf dass hier alles passt so und hier drüben kommt noch irgendwas hin keine Ahnung grün ist die Farbe der Hoffnung danke 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 äh ja vielleicht ist es das vielleicht ist das die Lösung mal gucken vielleicht ist grün die Lösung und das Zeug wieder abgeben aber die Boxersche kann ich nicht kann ich da nicht reinlegen ok dann bleibt die auf dem Esstisch so ok ab ins Bett Luna die Mondkatze hm oh äh Leute vielen Dank fürs Zukuchen lasst ein Like und ein Abo da vergesst nicht die Glocke zu drücken und in der Infobox seht ihr die Live-Zune-Termine schaut da gerne mal rein hau euch lieb ciao ciao